Arnold Schwarzeneggers Sohn Josef zeigt seine Muskeln Josef Bena, 25, kommt wohl ganz nach seinem Vater Arnold Schwarzenegger, 75. Der Schauspieler begann bereits im Teenageralter, sich für Bodybuilding zu interessieren. So bestritt er schon vor seinem 18. Lebensjahr mehrere Wettbewerbe und räumte später einige Olympia-Europa- und Weltmeistertitel ab. Auch sein Sohn Josef hat die Liebe zum Sport entdeckt. Wie neue Bilder zeigen, auf denen er sich mit freiem Oberkörper zeigt. Auf Instagram postete der 25-Jährigen nun Fotos, die den Blick auf seine stählernen Muskeln freigeben, nur in schwarzen Shorts. Socken und Näherkern bekleidet posiert er auf einem Sportplatz für die Kamera. Dabei spannt er seine Muskeln an. Während er seinen linken Arm anwinkelt und hoch hält, damit sein beeindruckender Bizeps besonders gut zur Geltung kommt. Auf einem anderen Bild streckt er die Arme von sich, bei einer weiteren Aufnahme fasst er sich an den Hinterkopf. Zu viel Pute, scherzte der Sportler. Obwohl Josef die Liebe zum Sport mit seinem Vater teilt, trägt er nicht denselben Nachnamen. Es spielen ein paar verschiedene Dinge mit hinein. Aber das hat für mich momentan nicht oberste Priorität, ich will mich darauf fokussieren. Meine Schauspielkarriere und mein Business als Immobilienmakler aufzubauen, verriet Arnoldsohn in einem Interview mit Delipop.